Willkommen zurück. Wir sind mitten in den Bestandsveränderungen, die wir mit dem Gesamtkostenverfahren verbinden. Und wir haben hier eine Bestandsminderung. Unser dritter Fall, dass wir mehr verkaufen, als wir auf Lager haben. Nämlich im nächsten Geschäftsjahr passiert folgendes. Wir stellen 3000 Fahrräder her, verkaufen aber 3400. Und die 400 Fahrräder nehmen wir aus dem Lagerbestand des Vorjahres, den wir ja mit 500 Stück ermittelt haben. Schlussbestand, demnach 100 Fahrräder, 100 Euro pro Stück, 10.000 Euro Schlussbestand. Buchen wir wieder auf unseren T-Konten. Taufen wir dieses Konto wieder Fertigerzeugnis. Ich lasse Soll und Haben jetzt mal weg. Taufen wir dieses Konto Bestandsveränderung. Unser Konto Fertigerzeugnis beginnt jetzt nicht mit 0, sondern mit 50.000 Anfangsbestand. Schauen Sie auf den zweiten Fall im vorherigen Video, dann wissen Sie, woher die 50.000 kommen. So, und nun haben wir eine Bestandsveränderung von 40.000. Aber in dem Fall produzieren wir nicht etwas auf Lager, sondern wir nehmen etwas vom Lager. 40.000 Bestandsveränderung, das ist der Gegenposten und taucht auf dem Konto Bestandsveränderung jetzt auf der Soll-Seite auf. Wir buchen also jetzt per Bestandsveränderung, nicht wie gerade im zweiten Fall an Bestandsveränderung, sondern per Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse. Schließen wir die Konten ab, schauen wir auf die wertmäßig stärkere Seite. 50.000 übertragen die Summe auf die schwächere Seite und ziehen den Saldo. Dieser Saldo ist unser SB, unser Schlussbestand, wandert nachher in unser Schlussbilanzkonto. Das Konto Bestandsveränderung ist ein Erfolgskonto, in dem Fall aber ein Aufwandskonto. Das heißt, diese 40.000 wandern in die G&V mit Summe und Saldo. Das kann ich mir jetzt sparen, weil Summe und Saldo gleich sind. Hier haben wir unser G&V-Konto. Und auf unserem G&V-Konto passiert nun Folgendes. Wir haben auf unserem G&V-Konto Aufwand für 3.000 Fahrräder. Auch hier wieder in Klammern, Sie wissen, so steht das im Konto nicht, zeigt die Mengengrößen. Wir haben hier Umsatzerlöse für 3.400 Fahrräder. Auch das in Klammern, es ist eine Mengengröße, die hier nicht auftaucht. Und jetzt buchen wir hier diese 40.000 als zusätzlichen Aufwand für 400 Fahrräder. Das heißt, das Nehmen vom Lager wird als Aufwand gebucht. Das Produzieren auf Lager wird als Ertrag gebucht. Sie sehen also, das Konto Bestandsveränderung ist mal ein Ertragskonto im zweiten Fall und mal ein Aufwandskonto, hier im dritten Fall ist es ein Aufwandskonto. Dann noch unsere Schlussbilanz und in diese Schlussbilanz wandern unsere 10.000 Euro, 10.000 Euro Fertigerzeugnisse. Aktivseite, Passivseite. Das war unser dritter Fall. Sie sehen auch, das Konto Bestandsveränderung ist Ertrag oder Aufwand, hier Aufwand, im zweiten Fall Ertrag, ohne Einzahlung oder Auszahlung. Auch das ist wichtig, wenn Sie nochmal an das allererste Video-Coaching denken, Grundbegriffe des Rechnungswesens endlich verstehen, dann wissen Sie, wie wichtig es ist zu unterscheiden, den Unterschied zwischen Aufwand und Auszahlung. Hier haben wir einen Aufwand, aber keine Auszahlung. Im zweiten Fall hatten wir einen Ertrag. Es sind 500 Fahrräder aufs Lager gewandert. Das buchen wir als Wertezuwachs, aber es war keine Einzahlung, weil diese 500 Fahrräder ja nicht verkauft wurden. Fassen wir nochmal zusammen die Buchungssätze. Bei Bestandsmehrung, also im zweiten Fall, buchen wir Fertigerzeugnisse an Bestandsveränderung. Wir buchen immer an Ertrag. Im zweiten Fall war es ein Ertrag. Fertigerzeugnisse an Bestandsveränderung. Wir buchen Bestandsveränderung an G und V und wir buchen Schlussbilanz an Fertigerzeugnisse. Das waren die drei Buchungssätze, die wir auf den T-Konten gemacht haben. Und im dritten Fall, hier im dritten Fall, der Bestandsminderung, buchen wir Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse. Noch einmal zur Erinnerung. Wir buchen an Ertrag und wir buchen per Aufwand. Hier ist es ein Aufwand. Das heißt, wir buchen per Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse. Hier war es ein Ertrag, Fertigerzeugnisse an Bestandsveränderung. Hier ein Aufwand, dort ein Ertrag. Also per Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse, dann G und V an Bestandsveränderung. Wenn wir buchen per G und V, buchen wir einen Aufwand auf die linke Seite des G und V-Kontos. Und dann natürlich, der Buchungssatz ist gleich, Schlussbestand an Fertigerzeugnisse. Sie sehen hier, wenn Sie vergleichen, Fertigerzeugnisse an Bestandsveränderung, hier Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse, genau umgedreht. Und hier Bestandsveränderung an G und V, hier G und V an Bestandsveränderung, genau umgedreht. K��는 Bestandsveränderung an Fertigerzeugnisse an Bildernung anFer Doubant. Karte St Saltikant.